Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Heiße Quellen in der Tiefsee. Was lebt 3000 Meter unter dem Meeresspiegel? Von Professorin Nicole de Bellier. Gehalten am 29. November 2018 im Paulinum in Leipzig. Ich hatte mir schon als Teenager überlegt, dass ich Meeresbiologin werden möchte und war überzeugt davon, dass es ein Traumberuf ist. Und meine Vorstellung davon war, dass ich jeden Vormittag tauchen gehen würde. Natürlich nur dort, wo das Wasser warm genug für meinen Geschmack ist. Also ab 25 Grad. Und ich würde dann entlang wunderschöner Korallenriffe Proben nehmen. Und dann würde ich am Nachmittag ein bisschen ins Labor gehen und die Proben bearbeiten. Sehr früh musste ich aber lernen, dass Probenentnahmen anders aussehen können. Ich habe meine Diplomarbeit an der Uni Hamburg im Schlickwatt in der Nordsee vor Sülk gemacht. Und meine Diplomarbeit fing im Herbst an und ich hatte eine persönliche Regenwolke, die immer auf mich wartete, bevor ich in den Watt rausging. Und dann, just wenn ich rausging, regelmäßig mit voller Wucht mich begleitete. Und ich habe auch bei diesen Probennahmen lernen müssen, dass dieser ganz feine Schlick, in den ich sehr tief buddeln musste, dass der in beinahe jeder Körperöffnung wiederzufinden ist. Und mir war dann sehr schnell klar, dass ich für meine Doktorarbeit was anders machen wollte. Und auf der Suche nach einem Thema für meine Doktorarbeit traf ich mein zukünftiger Doktorvater, Professor Olaf Giere von der Uni Hamburg. Und er schlug mir vor, ich könne an darmlose Meereswürmern arbeiten. Und hier sehen Sie so einen Wurm. Die sind mit einem bloßen Auge gerade noch erkennbar. Aber in Wirklichkeit sind die zwei Zentimeter lang, nur einen halben Millimeter breit, also so groß wie ein Zirnfaden etwa. Und abermals musste ich feststellen, dass es eine gewisse Diskrepanz gab zwischen meiner Vorstellung von meinem Beruf und der Wirklichkeit. Denn ich hatte mir wahrhaftig nicht vorstellen können, dass ich meinem wissenschaftlichen Leben darmlosen Meereswürmern widmen würde. Ich hatte eher so an Wale oder Delfine gedacht oder eben Korallenriffe. Aber als mir dann Olaf Giere erklärte, wo diese Würmer vorkamen, habe ich doch eine gewisse Begeisterung in mir entdecken können. Sie haben ihren Hauptverbreitungsgebiet in den Tropen. Man findet sie vor allem, wenn man in Küsten, wo tropische Korallenriffe vorkommt, wenn man rausgeht, dann kann man sie sehr schnell finden. Mit den weißen Punkten sehen Sie die Standorte, wo wir sie überall gesammelt haben. Und als ich dann meine erste Probennahme gemacht habe vor Bermuda, dann habe ich wirklich festgestellt, dass diese Würmer was ganz Besonderes sind. Sie haben keinen Mund, sie haben keinen Darm, sie haben keinen After, der ist komplett zurückgebildet und trotzdem können sie sich ernähren. Sie ernähren sich von symbiontischen Bakterien. Und was diese Würmer, die im Flachwasser vorkommen, mit der Tiefsee zu tun haben, das erkläre ich Ihnen im Folgenden. Aber was vorweg gesagt werden kann, ist, dass man diese Würmer lange Zeit nicht kannte. Wissenschaftler haben sie erst entdeckt, nachdem entsprechende Symbiosen in der Tiefsee entdeckt wurden. Was sind Symbiosen? Das wird definiert, das kennt man schon sehr lange in der Biologie-Symbiosen. Das wurde zuerst am Flechten näher untersucht von einem deutschen Wissenschaftler mit einem sehr französischen Namen, de Barry. Und er definierte das als die fortwährende und innige Zusammenleben ungleichnamiger Organismen. Das ist also ganz wichtig. Eine Ehe beispielsweise ist keine Symbiose, weil das eben die gleiche Art ist, sondern eine Symbiose ist immer definiert als zwei unterschiedliche Arten. Und wir reden über den Wirt, das ist meistens der größere Partner und über den Symbiont, das ist meistens der kleinere Partner. Also hier der Wurm, obwohl der sehr klein ist, ist der Wirt und die Symbionten, das sind die Bakterien, die ihn ernähren. Nun ist die Symbiosen an Land oder die Symbiosen an Land sind gut untersucht, aber die Artenvielfalt im Meer ist viel höher. 70 Prozent der Erdoberfläche besteht aus Meer, nicht umsonst, heiß ist das blaue Planet und 90 Prozent vom Lebensraum auf Erden ist im Meer. Das liegt daran, dass das Meer auch sehr tief ist und deswegen ist die gesamte Fläche oder Volumen, die besiedelt werden kann, im Meer größer als das, was an Land besiedelt werden kann. Und wir gehen davon aus, dass 95 Prozent des Meeres noch unerforscht ist. Und es wird immer wieder gesagt, wir wissen weniger über die Tiefsee, als wir über den Mond wissen. Und Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, dass jetzt auch eine Sonde auf Mars gelandet ist. Also wir wissen definitiv wirklich weniger über die Tiefsee als Mars. Die Symbiosen, die im Meer einigermaßen gut erforscht sind, sind die von den Korallen. Und diese funktionieren folgendermaßen, die basieren auf Photosynthese. Und zwar ist es so, dass Photosynthese ein Prozess ist, ein biologischer Prozess, der absolut die Grundlage bildet für alles Leben auf dieser Erde. Und Photosynthese, da wird eben Sonnenlicht benutzt als Energie von photosynthetischen Algen, die sitzen innerhalb der Koralle und die benutzen diese Energie, um CO2 aus dem Meerwasser zu fixieren. Diesen CO2 wandeln sie um in Kohlenhydraten und zuckern und damit ernähren sie die Korallen ihren Wirt. Aber der Großteil des Meeres ist dunkel. Da können solche Korallensymbiosen nicht vorkommen. Die sind ja absolut begrenzt auf flachen Gewässern. Und der Anteil der Tiefsee am gesamten Ozean ist 70 Prozent. Und wir gehen davon aus, dass mindestens 50 Prozent der Tiere aus der Tiefsee uns nicht bekannt sind als Forscher. Und wir gehen davon aus, für Mikroorganismen sind das viel, viel mehr, dass wir maximal 99, dass wir maximal ein bis zwei Prozent aller Mikroorganismen kennen. Und auf jeder Ausfahrt, auf die wir fahren, entdecken wir neue Arten. Das ist also wirklich noch terra incognita. Das macht wirklich Spaß auch als Forscher, wenn man dabei ist und neue Arten entdeckt und dann womöglich auch noch ihnen Namen geben kann. Jetzt komme ich zu der Erklärung, wie die Entdeckung von heißen Quellen und ihre Lebensgemeinschaften in der Tiefsee, was das mit darmlosen Meereswürmern, antropischen Korallenriffen zu tun hat. Vor 40 Jahren, 1977, waren Wissenschaftler unterwegs, Geologen alles, keine Biologen wohlgemerkt. Und sie waren auf der Suche von heißen Quellen in der Tiefsee. Die Geologen wussten schon lange, dass heiße Quellen in der Tiefsee vorkommen mussten und waren auch mit verschiedenen Geräten schon unterwegs, die immer wieder Temperatursprünge ihnen gezeigt haben an bestimmten Stellen, wo die Erdplatten sich auseinander bewegen. Das zeige ich gleich. Und sie hatten auch Kameras hinter ihrem Schiff geschleppt und mit Kameras Fotos gemacht in der Tiefsee, aber diese waren immer sehr unscharf. Man konnte nicht viel sehen und es war auch schwierig, wirklich den Meeresboden sehr genau abzubilden. Und sie waren dann endlich so weit, dass sie dann mit einem bemannten Tauchboot, das ist ein amerikanisches Tauchboot, das Alvin heißt, das war früher von der Marine, wurde benutzt. Die Marine hat es dann Ende der 60er-Jahren der Forschung übergeben. Und das wird immer, und das ist heute noch im Dienst, gerade der 5000. Tauchgang ist von Alvin absolviert worden. Und 1977 sind dann zwei Geologen zusammen mit einem Piloten vor den Galapagos-Inseln in die Tiefsee gegangen, auf die Suche nach diesen heißen Quellen. Und als sie unten ankamen, sahen sie solche ähnlichen Bilder. Und das sind schon ganz aufregende Bilder, denn die Tiefsee ist eigentlich eine Wüste über ganz weiten, vielen Stellen. Und das sind aufregende Bilder, deswegen, weil man überhaupt was sieht. Sie sehen links eine Seegurke und rechts einen Schlangenstern und einen Federstern. Und warum ist die Tiefsee eine Wüste? Weil so wenig Nahrung in der Tiefsee ankommt. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass Photosynthese absolut die Grundlage von jedem Leben auf Erden ist. Man braucht, das Lichtenergie, um Nahrung zu produzieren, was Tiere dann fressen können. Und das wird auf der Meeresoberfläche produziert. Davon sinkt nur ganz wenig, kommt ganz wenig unten an. Es sind ja auch ganz viele kleine Tiere in der Wassersäule, die dann auch dieses Plankton, diese Algen, Meeresalgen auffressen. So, und jetzt steigen die Wissenschaftler in ihr Boot oder in dem Tauchboot in Alvin, kommen unten an, 3000 Meter Tiefe. Und was Sie sehen, ist dann langsam das so schwarzer Rauch, der Ihnen entgegenkommt. Sie sehen Lavagestein. Das sieht aus, als wären da vulkanartige Aktivitäten. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, sehen Sie blühende Tiergemeinschaften. Völlig unerwartet für Sie. Röhrenwürmer, zwei Meter lang, armdick, mit wunderschönen roten Kiemen, die sie hier in der roten Farbe, die voller Blut sind. Muscheln in großen Mengen. Sie sehen auch hier die Krebse, die wiederum von den Muscheln und von den Röhrenwürmern leben. Und es ist überliefert, dass die zwei Geologen, die in dem bemannten Tauchboot in Alvin saßen, dann über Telefonakustik zum Mutterschiff hochtelefoniert haben. Und da war eine Studentin an Bord, die Biologie als Nebenfach hatte. Und dann haben sie hochtelefoniert und die haben gesagt, die Tiefsee soll doch eine Wüste sein. Und sie sagte, ja. Und dann haben sie gesagt, weil hier unten sind verdammt viele Tiere. Und das ist eine Sensation gewesen, diese Entdeckung, weil niemand dachte, dass es solch reichhaltige Tiergemeinschaften in der Tiefsee, dass sie dort vorkommen können. Wir wissen jetzt, dass sie dort vorkommen, wo heiße Quellen, wo die Erdplatten, Ozeanplatten sich auseinander bewegen, an sogenannten Spreizungsachsen. Was Sie hier sehen, diese dunklen Gebirgsketten sind Gebirge unter Wasser. Wir sagen, das ist das längste Gebirgsrücken der Erde, 60.000 Kilometer lang sind sie. Und dort bewegen sich die Erdplatten auseinander. Dort wächst unsere Ozeankruste. Das sieht folgendermaßen aus in so einer Simulation, dass dann ein neuer Ozeanboden entsteht. Der Ozeanboden wächst sehr langsam. Wir schätzen ungefähr so schnell wie ihre Fingernägel pro Jahr. Und an diesen Stellen, wo es wächst, dringt heißes Magma nach oben. Und das erhitzt das Meerwasser. Und es entstehen diese schwarzen Raucher. Und um die schwarzen Raucher drumherum entstehen diese Lebensgemeinschaften. Ich glaube, ich habe Ihnen eben alles erzählt, was ich jetzt nochmal hier auf dem Video stehen habe. Und diese schwarzen Raucher sind wirklich beeindruckend. Die können ja ungeheuer groß werden. Die wachsen bis zu 30 Zentimeter am Tag. Hier sehen Sie in der Simulation Erwin, ein recht großes Tauchboot und den größten schwarzen Raucher, den man bislang kennt. Und die Geologen haben dann Proben genommen von diesen Würmern. Das war ganz besonders, weil Biologen, wenn sie ins Feld gehen, die nehmen immer sogenannte fixative Fixierungsmittel mit. Und das ist dann Formol oder Alkohol. Und Geologen aber nehmen nie biologische Proben. Und als sie diese Tiere gesammelt haben und nach oben brachten, dann hatte aber niemand eben diese biologischen Fixative. Und sie haben daraufhin dann, das war zu dem Zeitpunkt, als amerikanische Schiffe noch nicht trocken waren. Man durfte also noch als Mensch Alkohol trinken. Und es ist überliefert, dass die ganzen Wodka-Bestände und Whisky-Bestände von den Wissenschaftlern aufgebraucht wurden, um diese Würmer zu fixieren, damit man sie dann auch in den Heimatlaboren untersuchen kann. Aber der erste Hinweis, wie sie sich ernähren, war auch klar, als die Wasserproben nach oben kamen, weil sie stanken nach Schwefelwasserstoff. Und sie kennen vielleicht Schwefelwasserstoff, wenn sie selber mal im Watt waren und ein bisschen gebuddelt haben. Und da, wo es dunkel ist, kommt ihnen so ein Geruch von faulen Eiern entgegen. Und das ist der Geruch von Schwefelwasserstoff. Das kennt man auch manchmal, wenn man Gulli, das kann sich da auch, da wo es ganz viel organisches Material gibt. Aber in der Tiefsee entsteht dieser Schwefelwasserstoff nicht über biologische Prozesse, sondern über chemische Prozesse. Und zwar verdrinkt das kalte Meerwasser dann in die Ozeankruste ein, wird erhitzt und Gase werden reduziert und die Gase kommen dann mit Wucht an diesen schwarzen Rauchern wieder raus. Und das ist dann Schwefelwasserstoff und Methan und auch Wasserstoff selber. Und diese Energiequellen, das können Tiere nicht verwenden. Wir können ja selber nicht von Gasen leben alleine. Aber Bakterien können diese Energiequellen verwenden und daraus dann CO2 fixieren und Zucker herstellen. Wenn Sie das also vergleichen mit Photosynthese, dann ist dieser Prozess, der in der Tiefsee stattfindet, Chemosynthese, weil es chemische Energie ist, die aus dem Meeresinnern kommt, nämlich der Schwefelwasserstoff und auch Methan. Und die symbiontische Bakterien in den Tieren, in der Tiefsee, die können das als Energiequelle verwenden, um CO2 zu fixieren. Das wandeln sie um in Zuckern und Kohlenhydrate und die Tiere und ernähren ihre Wirte damit. Das Leben an diesen Hydrotermalquellen ist so reichhaltig, wie wir es sonst nur von tropischen Regenwäldern oder Korallenriffen kennen. Und das ist nur möglich durch diese Symbiosen. Wie gesagt, ich habe Ihnen die Bilder gezeigt von der Tiefsee, wie es normalerweise aussieht. Das ist eine Wüste. Und nur dadurch, dass die Tiere sich mit den Bakterien zusammengetan haben, in Symbiose leben, können sie dort vorkommen. Und ich sage immer wieder, dass die heißen Quellen meines Erachtens die letzte große Entdeckung auf dieser Erde sind von solchen großen Tiergemeinschaften. Und ich habe letzte Woche am Zoologischen Museum in Hamburg diesen Vortrag oder ein ähnliches, gehalten. Und da hat einer gesagt, ja, aber es gibt Tiefseekorallenriffe, die große Riffe bilden. Aber die leben von Photosynthese, die leben von der gleichen Energiequelle wie all die anderen Lebensgemeinschaften auf dieser Erde. Also das ist meines Erachtens wirklich der letzte Standort am Ort auf dieser Erde, wo wir was ganz, ganz Neues entdeckt haben. Ich sagte Ihnen, dass diese Spreizungsachsen global vorkommen, überall, aber erforscht bislang von den heißen Quellen sind nur ganz wenige. Also Sie sehen überall die roten Punkte, wo wir schon wissen, dass heiße Quellen vorkommen und wo wir schon mit Ausfahrten dorthin gefahren sind. Und was Sie auch sehen können auf diesem Bild ist, dass das hauptsächlich Standorte sind in den gemäßigsten Breiten. Und das liegt daran, wenn man mit einem Tauchboot arbeitet, dann braucht man ruhiges Wasser. Und wenn man natürlich in den hohen Breitengarten geht und dort hat man Wellengänge von sechs Meter und höher, dann kann man tatsächlich das Tauchboot nicht aussetzen und nicht arbeiten. Und wir als Wissenschaftler müssen Jahre, bevor wir zu See fahren, einen Antrag stellen, um mit den großen Forschungsschiffen fahren zu können und haben auch sehr enge Zeitfenster, in denen wir fahren können. Und wenn wir dann endlich draußen sind und dann mit dem Tauchboot nicht raus können und keine Entdeckung machen können, dann ist das sehr frustrierend. Und deswegen ist viel von unserer Forschung fokussiert auf den Standorten, die wir schon kennen. Unser Helfer an der Tiefsee sind, was ich schon vorgestellt habe, diese bemannten Tauchboote. Aber da ist der Nachteil, dass immer nur zwei Wissenschaftler pro Zeit runtergehen können. Und inzwischen arbeitet man in sehr viel mit sogenannten Tauchroboter. Die heißen auf Englisch Remotely Operated Vehicle oder der Rohf. Und in Deutschland haben wir zwei Rohfs, die in der Tiefsee abtauchen können. Einen in Bremen am Marum, an der Universität Bremen und einen in Kiel am Geomarum. Wir arbeiten mit beiden Geräten. Diese Rohfs werden von Schiff aus bedient. Das ist also dann ein Container auf dem Schiff. Und die sind mit einem Kabel, werden sie mit Energie versorgt. Und da ist auch über diesen Kabel dann die Datenübertragung. Und als Wissenschaftler sitzen wir dann in den Container zusammen mit dem Piloten. Und es fühlt sich wirklich häufig so an, als wären wir selber in der Tiefsee, weil der Container dann auch ganz dunkel ist. Und wir die Bilder dann bekommen von dem Roboter in der Tiefsee in Echtzeit. Und ich werde Ihnen gleich einen Film zeigen, wie das aussieht, wenn dieser Tauchroboter in der Tiefsee taucht, damit Sie sich das vorstellen können. Ich arbeite in der Tiefsee sehr viel an diesen Muscheln, die auch symbiontische Bakterien haben. Und deswegen werden Sie gleich in dem Video auch sehr viel von diesen Muscheln sehen. Die Biomasse von den Muscheln, wir reden in der Biologie von Biomasse, das ist die Menge an Tieren pro Quadratmeter. Und die ist ungeheuer groß von diesen Tiefseemuscheln. Zwei- bis fünfmal größer als die von Flachwassermuscheln. Und das liegt nur daran, dass sie so gut versorgt werden von ihren symbiontischen Bakterien mit Energie. Und wenn man sich vorstellt, eine arme Flachwassermuschel, die muss ja wirklich ständig filtrieren und dann ist es mal trübe und es gibt mal nicht so viel Nahrung, zum Beispiel im Winter, dann kann man sich vorstellen, dass obwohl das tief und dunkel ist in der Tiefsee, dass sie eigentlich in einer Art Paradies sitzen. Jetzt kommt der Film. Das ist eine Ausfahrt, die wir in 2016 gemacht haben. Wenn man von Bremen mehr oder weniger direkt nach Westen geht und dann ein bisschen nach Süden, dann kommen sie an den mittelatlantischen Rücken. Das ist der Ort im Atlantik, wo der Ozeanboden wächst. Und dort gibt es heiße Quellen, Hydro-Thermal-Quellen, nördlich vom Äquator, 15 Grad Nord. Und wir sind dort mit dem deutschen Forschungsschiff Meteor hingefahren. Hier sehen Sie Aufnahmen, die aus der Luft gemacht wurden. Hier sehen Sie den Aussetzungsvorgang, den Launch-Vorgang von dem ROF. Das wird über den Heckgeigen vom Schiff ausgesetzt. Das ist immer ein ganz spannender Moment, gerade wenn Seegang ist, ob das sicher ins Wasser reinkommt. Und der Kabel versorgt dann diesen ROF mit der Energie, die es braucht und auch eben mit der Datenübertragung. Und hier sehen Sie die Bilder, die wir auf dem Schiff sehen in Echtzeit. Das ROF kommt immer näher an den heißen Quellen. Hier wussten wir, wo sie vorkommen. Wir sehen Lavagestein, weil es dort wie Vulkane Eruptionen gibt. Und hier sehen wir sogenannte Shimmering Water. Das ist also Wasser. Das ist dann sehr heißes Wasser, was gegen den kalten Wasser dann dieses Schimmern hervorruft. Und hier sehen Sie diese riesigen Muschelbetten, die an den heißen Quellen dann entstehen können. Und diese Muscheln sind wiederum ein Habitat oder Biotop für ganz viele andere Arten, die an den Muscheln auch leben. Hier ein sogenannter schwarzer Raucher. Das ist eben, wo diese reduzierten Gase wie auch Schwefelwasserstoff und Methan mit Temperaturen von bis zu 410 Grad aus diesen schwarzen Rauchern herausrauschen kann. Wir wollen immer wieder Proben nehmen von solchen Flüssigkeiten, damit wir verstehen können, welche Energiequellen dort vorkommen. Hier sehen Sie der Pilot, der oben auf dem Schiff den Arm von dem ROF bewegt, um dann auch die Proben in den Flüssigkeiten zu nehmen. Das ist wirklich, der hat einen kleinen Arm in dem Container, was so groß ist und bewegt in der Tiefsee den großen Arm. Hier sehen Sie Tiefseegarnelen, Remikaris. Die haben komplett ihre Augen zurückgebildet, aber sie können mit dem dritten Auge Wärmestrahlung wahrnehmen. Und diese Tiefseemuscheln, die haben genauso wie Flachwassermuscheln eine Einströmöffnung und Ausströmöffnung, mit der sie dann sich versorgen. Hier sehen Sie, wie wir in dem Container sitzen und mit dem Piloten reden und die nerven, weil wir sagen, nee, ich will aber nicht die Muschel, sondern ich möchte lieber die Muschel. Und hier sehen Sie einen ganz spannenden Versuch, den wir gemacht haben, wo wir die Muscheln in der Tiefsee fixiert haben, in der Tiefsee in ein Fixertief geschmissen haben, weil wir sehen wollten, ob es einen Unterschied macht, ob wir sie in der Tiefsee unter natürlichen Bedingungen fixieren oder ob es anders ist, wenn wir sie hochbringen, über 3000 Meter Unterschied und ob dann der Druck dazu führt, dass wir irgendwelche Artefakte sehen. Hier sehen Sie einen Versuch, die Muscheln wegzubewegen von den Energiequellen. Wir haben das Muschelfriedhof genannt, weil wir die Muscheln in diese Netze gepackt haben und weg von den heißen Quellen gelegt haben. Und häufig haben wir so viele Geräte auf unseren Roff, dass wir noch zusätzlich einen Aufzug brauchen. Und hier haben wir einen Aufzug, auf dem wir, wie Sie gesehen haben, Brötchenkörbe und so weiter benutzen, um dann all unsere Muscheln reinzupacken. Wenn das Roff nach oben kommt, das ist ein langer Tag, meistens beginnt der Tauchgang morgens um acht und abends um acht ist meistens der Tauchgang zu Ende. Aber für uns beginnt dann eigentlich wirklich die Arbeit dann noch einmal, weil wir die Proben ins Labor nehmen müssen und bearbeiten müssen. Und wir stehen dann immer ganz ungeduldig, gleich sehen Sie das und wollen unbedingt unsere Proben bekommen. Und wenn die Roff-Piloten das dann endlich erlauben, weil das alles Starkstrom ist, dann rasen wir zu unseren Boxen, an denen die Muscheln vorkommen. Und häufig ist es dann wichtig, dass wir sie noch einmal fixieren, noch einmal sezieren, also noch einmal bearbeiten, damit wir von diesen super wertvollen Proben, die auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen untersuchen können. Und hier sehen Sie, wie wir so eine Muschel aufschneiden. Und hier sehen Sie die ganz, hier sehen Sie jetzt ein Computertomographie von so einer Muschel. Also jetzt sind wir natürlich im Labor gewesen und gucken uns diese Muschel mit einem Computertomographen, das kennen Sie vielleicht selber, wenn Sie mal im Krankenhaus war. Das können wir auch hier in der Biologie verwenden, um in so eine Muschel reinzugehen. Und was Sie sehen, wenn man in diese Muschel reingeht, sind stark vergrößerte Kiemen. Das sind diese braunen Blätter. Die sind voller symbiontische Bakterien. Wenn das eine Flachwassermuschel wäre, dann wären Sie ganz dünn, dann würden Sie kaum diese Kiemen sehen. Und diese Kiemen bestehen aus tausenden und tausenden von einzelnen Blättern. Und in jedem von diesen Blättern sitzen die symbiontischen Bakterien. Hier sehen Sie einen Querschnitt, den wir dann durch diese Kiemenfilamente machen. Und dann im Mikroskop, gucken wir uns das genauer an, benutzen fluoreszierende Marker, um die symbiontische Bakterien zu sehen und Elektromikroskopie, um genau uns anzugucken, wo die Symbionten sitzen. Wir schätzen, dass eine acht Zentimeter große Muschel 50.000 Millionen Bewohner hat. Das wären 185 Bewohner pro Quadratmeter. Wenn man das vergleicht mit Bremen, dann können Sie sehen, wie dicht an dicht diese symbiontische Bakterien innerhalb der Muschel sitzen. Und die Muschel hat ihre Kiemen irre stark vergrößert, um ein Zuhause für diese symbiontische Bakterien herzustellen. Aber ich kriege noch die Kurve zu den Flachwassersymbiosen. Weil jetzt komme ich dazu, was diese Entdeckung ausgelöst hat. Wir haben diese Symbiosen in der Tiefsee entdeckt. Aber wir wissen jetzt, dass die eigentlich direkt vor der Haustür vorkommen. Sogar auf Syll kommen die vor. Hauptsächlich kommen sie tatsächlich in den Tropen vor, Seegraswiesen, Korallenriffsedimente und Mangroven, weil dort genügend Schwefelwasserstoff ist. Das ist eben, umso kälter das wird, umso weniger Schwefelwasserstoff gibt es häufig dann in den Meeressedimenten. Und es gibt eine ganz große Vielfalt von Tieren, die Symbiosen mit solchen Bakterien entwickelt haben, chemosynthetische. Und hier sehen Sie einige der Tiere, an denen wir arbeiten. Unter anderem die darmlose Würmer, an denen ich meine Promotion gemacht habe. Die Diversität der Lebensräume von diesen Symbiosen ist ungeheuer groß. Die heißen Quellen hatte ich Ihnen gezeigt. Ganz spannend finde ich, dass diese Symbiosen an Wahlleichen vorkommen können. Und zwar, wenn Wale sterben, sinken sie zum Meeresboden. Und das Fleisch wird ganz schnell von Haien aufgefressen, innerhalb von wenigen Monaten. Und dann liegen diese Knochen von den Wahlleichen am Meeresboden. Und die Knochen sind voller Öl. Und dieses Öl ist eine wunderbare Energiequelle für Bakterien. Und sie wandeln das Öl um in Schwefelwasserstoff. Das heißt, wir haben wieder die Energiequelle, die verwendet werden kann von den Bakterien. Und dann finden wir diese Symbiosen auch an den Wahlleichen. Und wie gesagt, eben relativ langweilige Standorte im flachen Gewässer wie See, Graswiesen oder hier auf Sylt, wo wir auch unsere Würmer finden können. Wenn wir in der Tiefsee arbeiten, dann ist das sehr teuer und sehr aufwendig. Wir schätzen, dass die Kosten für Meteor bei circa 50.000 Euro pro Tag liegen. Und für ein Rothschalter schätzen wir, dass die Kosten ungefähr bei 14.000 Euro pro Tag liegen. Und deswegen ist es auch vorteilhaft, an diesen Flachwassersymbiosen zu arbeiten. Nicht nur, weil es schöne Standorte sind, sondern eben, weil die Forschung dort auch relativ, weil sie nicht ganz so teuer ist. Und die Geräte, die wir brauchen für unsere Flachwassersymbiosen, sehen folgendermaßen aus. Wir brauchen einen Eimer und einen Sieb. Und hier sehen Sie Olaf Giere, mein Doktorvater, der mich davon überzeugt hat, an diesen darmlosen, kleinen, flachen Meereswürmern zu arbeiten. Und Christa Aseus, ein Taxonom aus Schweden, der in der Lage ist, die verschiedenen darmlosen Arten auseinanderzuhalten. Und wenn wir diese Würmer sammeln in flachen Gewässern, dann nehmen wir so einen Eimer und wir nehmen den Sand und den tun wir in den Eimer und dann machen wir, rühren wir den Sand um. Und die Tiere, die ganz leicht sind, sie kommen dann nach oben und das wird über ein Sieb dann ausgegossen und dann können wir die im Labor angucken. Und diese darmlosen Meereswürmer, genau wie die dicken Röhrenwürmer, die sie in der Tiefsee gesehen haben, haben keinen Mund, keinen Darm. Sie sind voller symbiontische Bakterien. Und sie leben in den Porenwässern von Sedimenten, bewegen sich dann auf und ab. Und sie leben in Symbiosen mit diesen Bakterien. Und es sind über 100 verschiedene Arten schon beschrieben. Das heißt, die Aufnahme von diesen Symbiosen hat dazu geführt, dass diese Gruppe von Tieren sich explosionsartig vervielfältigt hat im Laufe der Evolution. Und ich möchte Ihnen nun zeigen, wie das aussieht, wenn wir in flachen Gewässern arbeiten und habe dazu auch einen Film. Dieser ist vor Elba aufgenommen worden. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Hier gehen wir vom Strand aus los. Wir müssen hier tauchen, weil die guten Standorte bei circa fünf bis sechs Meter Wassertiefe liegen. Und statt Eimern haben wir so große Orangen, wie Sie gesehen haben, so Eimer mit einem Deckel, weil wir unter Wasser arbeiten. Und wir haben einen Standort, wo wir inzwischen wissen, dass diese Würmer vorkommen. Wir hätten gerne ein Röntgengerät, mit dem wir in den Sand reingucken könnten, um wirklich zu sehen, wo sie vorkommen. Aber das kann frustrierend sein. Wir hatten viele Tauchgänge, wo wir rausgegangen sind und überhaupt keine Würmer gefunden haben. Und dann andere, wo wir viele. Und haben jetzt eine sehr super Methode, sehr anspruchslos. Wir nennen das Sandwuscheln. Hier sehen Sie die kleinen Würmer, die man gut gegen den Neoprenanzug sieht. Und die kommen hier im Meerwasser hoch. Dieser kleine weiße Punkt, auf den der Taucher zeigt, das sind unsere Würmer. Und sobald wir dann über diese Sandwuschelmethode die Würmer sehen, dann sammeln wir dort an dieser Stelle ganz viel Sand, müssen aber dann den Sand nochmal im Labor genauestens durchsieben, um diese Würmer zu finden. Das ist also schon ein mühsames Geschäft, aber auch sehr lohnend, weil die so spannend sind. Aber es ist schon anders als mit einer großen Muschel arbeiten, wo wir ganz viel Material haben. Uns interessiert immer wieder der Lebensrang von den Muscheln. Das heißt, hier nehmen wir Porenwasserproben, in dem wir Metallstäbe reinsetzen, oben dann mit einer Spritze das Porenwasser aus dem Sediment rausziehen. Wir müssen ganz sorgfältig Notizen machen. Das ist immer eine Herausforderung unter Wasser, weil man ja nicht reden kann und genau gut zusammenarbeiten muss. Und dann analysieren wir, was in diesen Porenwassern drin ist. Zum Beispiel ist da viel Schwefelwasserstoff, ist da wenig Schwefelwasserstoff. Und hier sehen Sie, wie der Taucher schwer beladen mit den ganzen Eimern voller Sediment und hoffentlich auch voller Würmer sich dann auf den Weg zurück ins Labor macht. Und bei diesen Würmern ist es so, dass die Bakterien direkt unter der Haut vorkommen. Und diese fluoreszierenden Punkte, die Sie sehen können, ist so ein ganzer Schwimmreich voller Bakterien, die den Wurm mit Nahrung versorgen. Und die letzten zwei, drei wissenschaftliche Folien, die ich Ihnen zu diesen Würmern zeigen möchte, ist eine besondere Entdeckung, die ich gemacht habe während meiner Post-Doc-Zeit. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass der Kern dieser Symbiosen, was entscheidend ist, ist, dass sie von Schwefelwasserstoff leben. Das brauchen diese Symbionten, um CO2 zu fixieren. Und als ich das erste Mal in Elber oder im Mittelmeer diese Würmer untersucht habe, habe ich immer wieder versucht, Schwefelwasserstoff zu messen und konnte es nie messen, war nie da. Also es hat, glaube ich, mich anderthalb Jahre gekostet, weil ich nicht verstehen konnte, wie sie dort vorkommen konnten ohne Schwefelwasserstoff. Und dann konnte ich entdecken, dass sie einen zweiten Symbiont hatten. Und dieser zweite Symbiont produziert den Schwefelwasserstoff, den der erste Symbiont braucht. Das heißt, die Produzenten von dem Schwefelwasserstoff, die sonst draußen außerhalb vom Würmer sind, sind nun drinnen in dem Wurm. Der Wurm hat sie also aufgenommen. Der hat seine Energiequelle selber verinnerlicht. Eine ganz spannende Symbiose. Und wir haben sie damals eine Ménage à trois genannt. Aber inzwischen wissen wir, dass ganz, ganz viele andere Bakterien auch noch in diesen Würmern vorkommen. Wir entdecken ständig neue und versuchen zu verstehen, warum haben sie so viele? Was machen sie damit? Was tun sie? Was kümmern sie? Tiefseemuscheln und darmlose Meereswürmer? Und warum ist das vielleicht oder hoffentlich für sie interessant? Sie haben vielleicht viel in den Medien in letzter Zeit über ihre eigene Darmflora gelesen und gehört. Wir haben ja lange in der Mikrobiologie gedacht, das Entscheidende für unsere Gesundheit ist, dass wir die pathogenen Bakterien, also die, die uns schädigen, dass wir die untersuchen müssen. Und inzwischen verstehen wir aber, dass die überwiegende Mehrzahl der Bakterien, mit denen wir leben, in unserem Darm und auf unserer Haut absolut essentiell sind, dafür, dass wir vernünftig unser Essen aufschlüsseln können, Energie daraus gewinnen können, dass wir Nährstoffe bekommen, Vitamine. Also wir leben in enger Symbiose, auch mit Bakterien, wir als Menschen. Und die Bedeutung von Symbiosen ist jetzt klar geworden. Wir wissen inzwischen, dass alle Pflanzen und Tiere und auch der Mensch keine Einzelwesen sind, sondern artenreiche Organismen, Ökosysteme voller symbiontischer Mikroorganismen. Und wir wissen, dass jetzt, dass die ungeheure Artenvielfalt auf unserer Erde nicht allein durch Konkurrenzkampf entstanden ist, das war lange im Mittelpunkt der Evolutionsforschung, sondern dass Kooperation und Zusammenarbeit maßgeblich zur Entstehung des Lebens beigetragen haben. Und ohne Symbiosen ist das Leben, wie wir es auf dieser Erde kennen, nicht vorstellbar. Ich habe auch eine Symbiose mit den Mitarbeitern in meiner Gruppe und die mir großen Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten und bin auch sehr dankbar für die großzügige finanzielle Förderung, die mir diese Forschung ermöglicht hat.